Willkommen zurück zu Let's Play WoW. Ja, ihr seht es, es regnet, das Wetter ist nicht toll, Gott sei Dank. Hier sind gespülte 40 Grad, trotz dass es so spät ist, wir kriegen einfach nicht die Hitze außer Wohne. Gott tut der Regen mal ganz schön hier gut, auch wenn er nur im Spiel ist. So, töte sie. Wo ist denn das? Sag ich doch hier hinterm Berg, glaube ich, da müssen wir da vorne hoch. Oder geht da hier einen Weg hoch? Da vorne, glaube ich, der Weg. Den müssen wir nehmen. Was müssen wir machen? Werkzeug, Knochen und Elementare töten. Ist das wirklich hier? Oder ist das auf der anderen Seite? Wir laufen einfach mal hier lang und gucken mal, ob wir richtig sind. Ich glaube schon, das geht schon in die richtige Richtung, oder? Was meint ihr? Dann machen wir mal den vorbei. Oh, das ist doch da unten. Oh, den killen wir auch. Den killen wir auch jeden Fall. Das ist eine Armour. Oh, Alter, was ist damit hier los? Über 5.000 auf Amtstrunk für die Schacht haben oder nicht haben, ne? Aber es ist auch ein Schwerpunkt für die Schachtel. So, auf Mountain. So, und das ist hier unten. Ach, die Grabungsstätte, okay. Gut, dann werden wir hier mal. Zack. Und so. Fangen wir ab. Das ist das neue HD-Modell, ne? Die Feuerelementare, die Erdelementare, auch die Wasserelementare haben auch neueste Kinds. So, die Falschabend. Und so, die Stahl. Ich habe keinen Sinn. Dinosaurier. Dinosaurier-Knochen laufen herum. Skelette. Okay. Ich bin auch sehr rein. Dann gehen wir mal so hin. Auf jeden Fall. Ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Warum laufen wir neben der Fossil herum? Das weiß ich nicht. Hm. Finden wir bestimmt auch noch raus. geht eigentlich relativ schnell hier hochgehen auch schon ewig hier dass ich gequestet habe aber schon so richtig lange die aufgabe von ihrem teil des landes gemacht hat anders und man konnte auch schon weiter gelaufen wer sogar dafür dass alle addons anpassen aussage gut das neueste dann immer also hier jetzt aktuell bis 110 dass man das wunder dass man überall questen könnte dann wenn jetzt das neue bfa auskommt dann im alten land und b und legion bis 110 überall ihr wisst was ich meine das wäre noch mal ein bisschen dreist und sich wahrscheinlich entscheiden welchen kontinent man spielt noch hier zu späten stunde und er hört auch noch drei so elementar sind wir sie jetzt brauchen wir noch zwei knochen aufgabe erledigt und wir können sagen ich glaube danach müssen wir den berg hoch und in die höhle wo wir gerade schon fast waren jetzt gehen wir aber erst mit aufgabe ab es war so klar es war so klar ja noch ein ziel und auf muten jetzt laufen wir auch außen rum wir müssen natürlich außen rum genau man sieht auf der karte den kleinen berg das geht nicht dann müssen wir hier rum und ich bestimmt fast jetzt der offizielle weg wie lags zu flucht so wie ging es bleiben so jetzt müssen wir box töten das ist auch schön das ist schön die box alle platt man braucht man 16 ok stattliche summe kein problem so das ist nur noch 14 wo ist denn hier ober an der ist doch nicht da in die richtung auch besiegt auf wir metzen uns jetzt wieder rein gut dass wir jetzt von paladin gewesen wir müssen uns gleich ein bisschen wir können uns dann wieder rein wir müssen uns wieder rein haben wir wir müssen uns jetzt haben wir die wir können uns wieder rein die das ist wir müssen uns hier da sind es nur noch sechs die wir brauchen so wie wollen wir noch ich habe hier ihn erneuert, wo läuft er denn hier noch? das ist eine wurtvolle Sparte so, wir haben hier 16 und dann noch der Geschäft drauf mounten gut, das war zu schnell mal gucken, was sich rumtreibt ganz da hinten, ach du jemini da reiten wir einfach mal durch, dann stellen wir uns tot gut, das ist gut das ist gut Nein, ich lass uns doch ein Wurf. Wir wollen uns doch gar nichts mehr tun, nur einen Anfuhrer. Aufmonten. Und los geht's. Versteckst du dich? Bestimmt mit Zeltor. So, wo ist er denn? Da ist er ja. Jetzt können wir ihn holen. So, bevor wir jetzt... Ich hab keine Lust, außen rumzurennen. Wir wollen uns wahrscheinlich nicht so viele abmonten. Wir laufen jetzt mal ein bisschen zickzack. Vielleicht haben wir noch eine Schneise drin. Hier laufen wir lang. So, da vorne müssen wir dann runter, glaube ich. Hier rüber. Machen wir hier noch aus. Kronenjäger, auch noch Kronenjäger hier. Der hilft bestimmt. So. Sehr schön. Einmal hier hoch. Die Aufgabe auch direkt abgeben. Gucken wir, ob wir die nächste Aufgabe kriegen. Was kann ich euch tun? Bleibt auf dem Boden. Okay, ein halbes Süd. Das müssen wir hier aber noch nicht. Ich bin ganz mohr. Okay. Fliegen wir mal schnell zurück. Oh, sehr erfrischend der Regen. Oh, das ist hier so... Hier steht auch die Luft. Das ist so ätzend über Luft. Auf der Scheu ist und da alles ist nass. Bah. Hoffentlich wird es mal wieder kälter so. 26, 27 Grad. Das wäre total okay. Das wäre wahrscheinlich schon erfrischend für uns. 22 wäre auch okay. So. So. Lauf mal durch deine Beine durch. Schöp. Elun sei mit euch. Jo. Danke. Gehst du weiter vollkuss? Nö. 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 Na. Da auslaufen wir jetzt. In den Hafen. Was? Wenn das Leben dir Krabben schenkt. Okay. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ob uns das Leben die Krabben schenkt. Ne. Wollen wir mal was zu trinken. Nur normales Wasser. Also nicht wundern. Kein Bier. Wasser. Wollen wir mal. Wollen wir mal reiten. Mal den Weg entlang. Wolf. Wo bist du? Kommt hinterher. Das ist schön. Das ist schön. Weiter. Später. Da kommen wir auch noch hin. Wir machen noch mal schnell. Hügelland noch. Als erstes würde ich sagen. Alteraktal. Ähnlich. Arati Hochland meine ich. Arati. Ihr wisst was meine. Arati Hochland könnte man auch fest. Und dann könnten wir uns in Hügegebirge lang schlagen. Dann schlagen wir mal die Reihe ein. Das ist okay. Da wissen wir unseren Wegnehmer machen werden. Ja das ist auch ein neues Feature was ich angemacht habe. Weiß man wenigstens. Welches Schiff wohin fährt. Steht drauf. Und man sieht es auch auf der Karte wenigstens. Das ist auch gut gemacht. Im Hintergrund sieht man schon. Die versunkenen Stadt. Den versunkenen Hafen. Mal gucken was wir da machen dürfen. Und es regnet und regnet. Hier könnte es mal ein bisschen regnen. Das ist so trocken ey. So und diese Folge ist ja für 18 Uhr. Dann sehen wir uns erst wieder. Auch nächste Woche. Nächste Woche sehen wir uns erst wieder. Und das ist auch dann die Woche. Gucken wir nochmal. Das ist für diese Woche. Genau. Und nächste Woche sehen wir uns. Nächste Woche machen wir doch noch einen Mittwoch. Es kommt ja am 14. erst raus. Weiß ich nicht. Muss ich noch gucken wie wir nächste Woche die Folgen machen. Schön euch zu sehen. So. Dann töten wir den gleich als erstes. Wenn der hier schon drin ist. Oben. Bei der Meinung das war ja mal alles. Heile. Schauen wir ihn auch an. Ja. 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 Geil. Für uns. Besser gesagt für unser Tier. Siegt. Geil. Geil. Aber geile Schwert hat er. Muss man ihn lassen. Aber das ist kein Problem für uns. Geil. Da ist versperrt. Dann müssen wir hier lang. Da ist er ja der gute Hauptmann. Geil. Grüße. Man sieht sich. So. Und. Auch unten. Ah. Es regnet. Es ist sowieso alles überschwemmt hier. Guten Tag. Was geht euch durch den Kopf? Man sieht sich. Auch ein paar schöne Aufnahmen. Braucht ihr Hilfe. Wo ist die erste? Hier. Gegrüßt. Für die Allianz. Wollen wir uns mal einen Flugpunkt. Was soll man hier machen? Ein Mähkaufen. Okay. Schön euch zu sehen. Eure Reisen sicher sein. Hallo. Welchen Keller? Ja. Musst du es doch. Im Keller ist eine gute Meth. Jetzt sind wir Diebe. Wir haben denen das Bier geklaut. Ne? Ohne zu bezahlen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Was ist der erste Maat. Ich bin gleich seiner ersten Maat. Schön da auch. So. Gucken wir mal wo die Aufgaben sind. Die sind hier. Ok. Dann gehören wir mal nach da. Ist das hier nach Burg? Oder ist das außerhalb? Oder ist das außerhalb? Oder ist außerhalb? Ja. Die sind auch schon hier. Ist schon mal schön. Muss ich was einsammeln? Krabbenklaue brauchen wir. Ok. Keine. Und. Schnell laufen. Zehn Haie müssen wir töten. Stimmt nicht, dass die noch in die Stadt reinschwimmen. Ist ja natürlich doof. So. Zack. Da kommt ihr den Teufel. Ich muss näher ran. Arfen-Schlenderflosse. Das guckte aber auch schon echt böse, ne? Das muss man ihm lassen. Ich muss läßen. Ich muss noch eins. Ich muss noch eins zu. Ja. Oh Mann. Ja. Uhhh. Und. Ja. Ich muss auchide. Böse. Ja. Wie auch. Du bist so. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Wir laufen gar nicht so weit weg. Na komm, erstmal ein paar Haie. Das ist der Mäste. Zack. Jetzt haben wir die zwei Aufgaben zu erledigen. Bevor die Folge endet. Atmen. Die Scheren brauchen wir noch von den Krebsen. Noch ein paar zusammen gezogen. Ich habe keinen Fall. So. Siebt. Ja. Auch noch leicht. Mal looten. Schnell nach oben. Ein bisschen Luft holen. Aber die können wir ja weiter besiegen. Ach, wie brauchen wir denn was? Noch ein paar. Schwer zwei Haie, dann brauchen wir noch. Noch ein Ziel. Zwei. Ich bin außer Reichweite. Fehl. Ich bin außer's. So. Wir geben uns die letzte Schere. Sehr schön. Oh, die geht das mal mit Kirschnern. ok haben wir leider nicht darauf geachtet so wo ist denn der geist das ist ja ganz oben auch das machen wir jetzt nicht wir geben es noch die aufgabe ab oder können wir gleich reinschauen das ist auch schön noch weitere aufgaben kriegen schwimmen zwei schönen aufgaben was kann ich für euch tun weiter aufgaben schön und so noch willkommen seid auf der hut so dann würde ich sagen dann gehen wir mal ins gasthaus dass wir unser wald ein bisschen blau wird das dauert wieder ein bisschen bis wir die nächste folge aufnehmen ich sage euch auf jeden fall danke fürs schauen auf jeden fall bis zur nächsten woche ich wünsche euch viel spaß bei bfa beim start nächste woche bis dahin sehen wir uns noch auf jeden fall mit den anderen let's place ich sag euch einen wunderschönen guten abend auf wiedersehen bei bürgerin lp ab 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 Bis zum nächsten Mal.